2017 hatte ich eine ganz schwere Knieverletzung. Im rechten Knie ist während eines Wettkampfs die Hinterhornwurzel gerissen. Dann wurde ich operiert und die Ärzte hatten mir null Chancen gegeben, dass ich jemals wieder laufen kann. Es war für mich ein ganz schwerer Weg, wieder zurückzufinden. Was ich aber dann wieder geschafft habe, dank des WMAS. Die Ärzte sagen, egal was sie machen, machen sie weiter. Ich musste vom ersten Tag der OP auch nie Schmerzmittel nehmen, ich brauchte das überhaupt gar nicht. Ich bleib definitiv bei BEMA, also den würde ich nie, nie wieder hergeben.